Angela Merkel Drei große Fragezeichen. Kein Mensch weiß, was diese Frau wirklich will. Dritter Begriff, Liebe. Liebe. Liebe gehört für mich in kein einziges Interview rein. Nicht mal mit ihm. Wenn Sie eine Botschaft loswerden müssten an Leute, denen Sie sagen, sagt nicht in 15 Jahren, ich habe meinen Beitrag nicht geleistet. Was für einen Beitrag sollen Sie jetzt leisten? Neben der Klage. Ganz konkret, was sollen Sie machen? Sie sollen auf die Straße gehen. Mein Herz haben Sie erobert damit. Wie ist es, wenn man da so mit 13, 14, 15, 16 sich mit sowas beschäftigt? Kann man da mit Mädels aufreißen? Gibt es so bestimmte Sachen, die Ihnen, wo Sie sagen, darüber würde ich eigentlich gar nicht reden? Über meine privatesten Dinge rede ich selbstverständlich nicht, auch nicht mit E-Mail. Hören Sie mal zu. Gegen wie viel alte Säcke mussten Sie sich durchsetzen? Und dann suche ich mir heute auch noch alte Säcke für die Sendung aus. Teil 2 der Frage. Teil 2 der Frage. Teil 2 der Frage.